Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei The Mobile Broadway. Ich habe heute eine entzückende Sängerin eingeladen. Sie kommt aus der Region Karlsruhe und ich freue mich sehr, dass sie heute hier im Auto ist. Eine Newcomerin. Ich begrüße recht herzlich Alisa. Da ist sie! Schön, dass es endlich geklappt hat, so nach einem Jahr. Ich habe gerade noch gesagt, du bist eine Newcomerin, aber er hat keine Zeit. Busy, busy. Das heißt, Newcomer wollen ja auch berühmt werden. Das heißt, wir müssen ja was tun, um dann mal hier richtig loszulegen. Schönes Auto, Mensch! Tolle Stimme habe ich mich eingeladen. Ich fühle mich schon fast hier wie bei dem echten Carböcker auch hier. Der Look stimmt schon. Das ist echt. Wie bei James. Aber mit James lasse ich mich gerne etwas vergleichen. Okay, gut. Das Auto stimmt. Sag mal, du singst ja schon seit du noch kleiner warst. Seit ich ganz klein warst. Seit du ganz klein warst. Du kommst aus der Region Karlsruhe. Aber du kommst ja ganz genau aus Friedrichsthal. Leute, schaut mal. Super Toilette aus Friedrichsthal. Hier, bei mir, in der Car. Also so jetzt, zur Zeit so, ich habe viele Hochzeiten jetzt, auf denen ich so singe. Und das ist schon cool. Weil das ist so besonders irgendwie, wenn man die Leute so an seinem Tag so begleiten darf. Aber man treibt natürlich schon so von den Großen. Das kommt. Aber du hast ja auch noch einen ganz normalen Job auch, ne? Ja. Ja. Erzieherin. Erzieherin. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was singen. Ja, machen wir. Hast du noch was? Mach mal Karl. Tschüss. 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 On the day we fell in love, on the day we fell in love, on the day we fell in love. Jetzt musst du leiser machen. Wenn ich noch mal heiraten würde, dann fahre ich mal noch im Kreis. Findest du Kreisverkehr gut? Ja, super. Der ist auch super schön. Hast du schon mal im Kreisverkehr gesungen? Vor allem, ich muss echt sagen, ich habe noch nie einen Kreisverkehr. Hast du das gesehen? Was? Mit Wasser? Ja, da ist ein Kreisverkehr, also wir cruisen hier und da ist ein Kreisverkehr. Das wissen wir doch schon, dass man Kreisverkehr. Da ist wo ein Fluss. Da ist der Fluss. Ein Kreisverkehr. Ein Fluss, ja klar. Ein Kreisverkehr, wo ein Fluss durchfließt. Wir sind schon immer wieder aufzos. Wir sind immer noch bei dir. Und jetzt bevor wir Self-Agentum, ich habe noch hier noch eine Frage. Ich muss mich darauf nachdenken. Vor allem, wenn ich mich daraufusionen müsste. Nein, es geht nichts. Wir sind in der Hörsaal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh yeah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh, ich hab richtig Lust auf Eis jetzt! Und wenn ihr jetzt auch Bock auf Eis habt, gehen wir jetzt auch mal Eis essen! Jetzt und so! Okay? Und Alisa bleibt noch hier, ich schmeiß sie dann später raus, okay? Sagen wir mal zusammen Tschüssi! Tschüssle! Tschüssle! War schön mit dir! War schön mit dir! Oh ja! Oh scheiße! Eisdiele! Eisdiele! Tschüssle! 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 Musik